Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Obelix Rider. Falls ihr das nicht gemerkt habt, ich bin an der MXGP. Das ist die Weltmeisterschaft vom Motocross in der Schweiz. Ihr seid herzlich willkommen. Ich dachte vielleicht könnte ich etwas vlogen, aber ich glaube man gehört gar nichts. Von daher werde ich einfach ein Video machen davon. Was ist die Weltmeisterin? Sieg Gericht! Nein! Ja! Nein! Es ist die Weltmeisterin. Musik Roksi, wie filmst du das? Hast du Spaß? Mega! Super geil! Das sind Anstrengungen! Es ist Zeit zum Hause gehen! Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Vlog! Tschüss zusammen und tschüss zusammen!